In diesem riesigen Amphitheater von Ephesus verfolgten einst bis zu 30.000 Zuschauer Kämpfe auf Leben und Tod. Von Italien bis Syrien, wo auch immer die Römer auftauchten, wollten sie sich vergnügen. Gladiatoren waren die Stars von Spektakeln, die auf uns wie brutales Gemetzel wirken. Aber waren sie das wirklich? Brutalität war sicher ein wichtiges Element, das ist schon richtig. Aber zugleich zeigten die Vorführungen eine unübertroffene Kampfkunst. Wie Gladiatoren wirklich lebten, war jahrhundertelang ein Mysterium. Bis heute. Diese Wissenschaftler haben fünf Jahre lang Knochen von Gladiatoren analysiert. Der Fund ist extrem wichtig. Er ist weltweit einzigartig. Zum ersten Mal kann forensisch belegt werden, wie Gladiatoren lebten, wie sie kämpften und wie sie starben. 3.000 Kilometer von Rom entfernt steht dieses Amphitheater im türkischen Ephesus. Es ist nur ein Drittel kleiner als das Kolosseum. Ephesus war zu seiner Blütezeit ungeheuer reich. Hier lag der prachtvolle Tempel der Artemis, eines der sieben Weltwunder der Antike. Julius Caesar besuchte die Stadt, ebenso Kleopatra, Hannibal und sogar Alexander der Große. Ephesus war die Hauptstadt Kleinasiens, zehnmal grösser als Pompeji und ein Juwel im römischen Imperium. Ephesus war das Tor nach Kleinasien. In jener Zeit war die heutige Türkei eines der reichsten Gebiete des Römischen Reiches, mit vielen großen Städten. Als man die Liste der sogenannten sieben Weltwunder erstellte, gehörte selbstverständlich auch der Tempel der Artemis dazu, als der grösste und imposanteste Tempel der Antike. Ephesus war auch ein Finanzzentrum, eine Art römisches Hongkong. Seinen Wohlstand symbolisierte der Tempel der Artemis bis 262 v. Christi. Ein Erdbeben suchte die Stadt heim. Auch der prächtige Tempel wurde zerstört. Der Anfang vom Ende für Ephesus. Dennoch behielt die antike Stadt über viele Jahrhunderte hinweg ihre Anziehungskraft. 1993 machten sich österreichische Archäologen auf die Suche nach dem verschollenen Tempel. Die Wissenschaftler fanden nicht nur eine antike Strasse, sie fanden etwas weit Interessanteres. Viele hunderte von Schädeln und Knochen. Aus Wien wurden zwei forensische Anthropologen geholt, um den grausigen Fund zu untersuchen. Die Knochen in Ephesus, die beruhen auf einem Zufallsfund. Wir haben Verletzungen gefunden, das waren so beim schnellen Durchschauen, waren das alles Männer. Und da ist die Spannung dann gestiegen. Damit begann ein fünfjähriges Forschungsprojekt, bei dem in mühseliger Kleinarbeit jeder einzelne Knochen erfasst und nach Alter, Verletzung und Todesursache katalogisiert wurde. Eine gewaltige Aufgabe. Nach 1700 Jahren, mehreren Erdbeben, Überflutungen und möglicherweise auch einem Grabraub, waren die Skelette nicht mehr vollständig, sondern bestanden nur noch aus einzelnen, teilweise zerfallenen Knochen. Das war ein, erstens war es eine riesige Menge an Knochen, also fast ein unüberblickbarer Haufen. Knochen sind 2000 sicher und fragmentiert werden sich im 5000 Stück Bereich bewegen. Und das war eine sehr tolle Arbeit, weil praktisch täglich irgendwie neue Resultate gefunden wurden. Das Team erhoffte sich von der Analyse der Knochen Informationen über Körperbau, Gesundheit, Alter, Ernährung und Todesursache. Die Wissenschaftler ahnten, dass sie es möglicherweise mit dem ersten Gladiatorenfriedhof zu tun hatten, der entdeckt wurde. Ein sensationeller Fund. Neben den sterblichen Überresten wurden auch drei Grabsteine freigelegt. Darauf waren eindeutig Gladiatoren abgebildet mit folgenden Namen. Perlombus, Valerius und Euxenius. Im Massengrab befanden sich die Überreste von 68 Menschen. Gab es eine Verbindung zwischen den Grabsteinen und den Gebeinen? Nach fünf Jahren legen Großschmidt und Kanz ihre Forschungsergebnisse der Anthropologin Charlotte Roberts zur Begutachtung vor. Roberts hat sich spezialisiert auf menschliche Überreste im römischen Britannien, insbesondere auf Verletzungen. Ich habe ein paar hundert römische Skelette untersucht. Dabei konnte ich Kopfverletzungen feststellen, verheilte sowie unverheilte. Ich habe eindeutige Hinweise auf Enthauptungen gesehen. Es ist das erste Mal, dass ich mit Überresten von Gladiatoren zu tun habe. Noch ist es nur eine Vermutung, denn die wissenschaftliche Bestätigung fehlt weiterhin. Ich bin sehr gespannt, die anderen Überreste dieser mutmasslichen Gladiatoren zu sehen, um mir eine eigene Meinung zu bilden. Künstlerische Darstellungen aus der Römerzeit lieferten die Hinweise, nach welcher Art von Verletzungen man suchen sollte. Dieses Mosaik zeigt einen besiegten Gladiator, kurz bevor er mit dem Kurzschwert getötet wird. Ein derartiger Stoss hinterlässt Spuren, nach denen Kanz und Groschmidt gezielt forschen konnten. Professor Groschmidt demonstriert, dass die Spuren von Schnittverletzungen in den beiden oberen Rückenwirbeln ein Beweis dafür sind, dass die Gladiatoren mit einem Schwert hingerichtet wurden, das man ihnen in die Kehle rammte. Das sind die oberen Halswirbel? Bits of the spine, the vertebrae. Ja. Also genau oberhalb. Genau dort. Und das Schwert drang genau hier ein. In die Kehle. In die Kehle, bis ins Herz. Ein blutiger, schneller Tod. Ja, ein schneller Tod. Diese Verletzung auf dem Schulterblatt oder Skapula. Das Schwert wurde am Schulterblatt vorbei bis ins Herz gerammt. Dieses Kurzschwert scheint genau zu der Knochenmunde zu passen. Wurde ein solches Schwert oft bei Gladiatorenkämpfen verwendet? Ja, es war eine der üblichen Waffen der Gladiatoren. Die Bezeichnung Gladiator leitet sich ab von Gladius, dem Kurzschwert der römischen Legionäre. Aber eine Verletzung, verursacht durch diese Waffe, beweist noch nicht, dass die Knochen auch von einem Gladiator stammen. Eine Verletzung wie diese könnte von irgendeiner Klinge stammen und bei verschiedenen Gelegenheiten entstanden sein, im Militärdienst oder in einer Schlacht zum Beispiel. Aber wir haben weitere Indizien. Wir wissen, dass der Dreizack nur von Gladiatoren benutzt wurde. Woher wissen Sie das? Weil nirgends erwähnt wird, dass er etwa beim Militär zum Einsatz kam. Wir wissen jedoch, dass Gladiatorenkämpfe mit dem Dreizack sehr populär waren. Solche Hinweise finden sich zum Beispiel auf Mosaiken wie diesem aus dem 4. Jahrhundert. Und dann hatten wir Glück. Wir fanden einen Schädel mit zwei Löchern. Der Dreizack passt exakt in diese beiden Löcher. Das überzeugte uns vollends, dass wir es mit den Überresten von Gladiatoren zu tun hatten und nicht mit Gefallenen einer Schlacht. Das ist nicht der einzige Schädelknochen mit einer derartigen Verletzung. Diese Verletzung kann also nur in einem Gladiatorenkampf zugefügt worden sein? Ich denke, die Häufigkeit, mit der Knochen eine Verwundung wie diese zeigen, lässt den Rückschluss zu, dass es sich um Gladiatoren handelt. Ich habe viele Verletzungen von Römern in Britannien untersucht, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Entscheidend ist der Dreizack. Er ist die typische Waffe der Gladiatoren. Dreizack ist also gleichbedeutend mit Gladiator? Der Dreizack von Dr. Kanz ist die exakte Nachbildung dieser Waffe. Sie wurde im Hafen von Ephesus gefunden und ist 1800 Jahre alt, wie die Skelette. Der Dreizack war die Waffe des Retiarius, des Netzkämpfers. Er war der populärste Gladiator, zwar nur leicht bewaffnet, aber als einziger ausgestattet mit einem Dreizack. Außerdem war der Retiarius der einzige Kämpfer, der keinen Helm trug. Dadurch blieb er beweglich, aber auch leicht verbundbar. Karnuntum in Österreich. Früher fanden auch hier Gladiatorenkämpfe statt. Der Archäologe Markus Junkelmann hat über viele Jahre die Waffen und die Rüstungen der Gladiatoren getestet. Seine Experimente lieferten Kanz und Grosch mit wichtige Vergleichswerte. Bei einer Ausrüstung gilt es zunächst einmal, sie auf ihre Funktionsweise hin zu untersuchen. Dann stellt sich die Frage, warum bestimmte Typen von Gladiatoren gegeneinander antraten. Der typische Gladiator ist mit dem Gladius, dem Kurzschwert, bewaffnet. Er erscheint als Sekutor, als Verfolger. Was er an Schutz durch den schweren Schild und den Helm gewinnt, verliert er an Beweglichkeit. Der Sekutor war der Gegner des Retiarius. Er wurde auch Contra-Retiarius genannt, also derjenige, der gegen den Netzkämpfer antritt. Sein Helm war besonders hart, damit er dem gefährlichen Dreizack standhielt, der eine enorme Wucht besaß. Der Helm des Sekutors war rund und glatt. Dadurch bot er optimalen Schutz gegen den Dreizack. Für die Römer war es wichtig, dass die Kämpfe fair und ausgewogen abliefen. Beide Gladiatoren sollten den Kampf gewinnen können. Der Sieg sollte auch keine Frage der Ausrüstung sein. Todds unterschiedlicher Bewaffnung und Rüstung sollte unter den Gladiatoren Chancengleichheit herrschen. Der Helm des Sekutors musste vor dem Dreizack schützen. Aber wie erklärt sich, dass der von den Österreichern gefundene Schädel eine derartige Verletzung aufweist? Möglicherweise wurde der Retiarius von seinem Gegner entwaffnet. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass das durchaus vorkommen konnte. Im Nahkampf gelang es dem Sekutor manchmal, den Retiarius zu entwaffnen. Er nahm ihm den Dreizack ab und rammte ihn in den ungeschützten Kopf des Gegners. Da der Retiarius keinen Helm trägt, ist so ein Stoß tödlich. Ich denke, das ist eine schlüssige Erklärung. Die Kopfverletzung legt somit nahe, dass der Sekutor den Retiarius mit seinem eigenen Dreizack getötet hat. Junkelmanns Forschungen haben ergeben, dass sich die Ausrüstung der Gladiatoren aus den Waffen der römischen Legionäre entwickelte und denen der Völker, gegen die die Römer Krieg führten. Der große Schild und das Kurzschwert des Provokator entsprechen der Bewaffnung römischer Soldaten. Der Murmelo war ein weiterer Gladiatorentyp. Berühmt wurde er durch Spartakus, dem berühmten Anführer eines Sklavenaufstandes. Der Eckes geht zurück auf den leicht bewaffneten Reiter der römischen Kavallerie. Der Traex mit seinem tödlichen Krumschwert gleicht einem thrakischen Kämpfer aus Bulgarien. Und der Hoplomachus basiert auf dem Hoplid aus Sparta, berühmt für seine Geschicklichkeit im Umgang mit dem tödlichen Wurfspieß. Mosaiken und Reliefs zeigen nicht nur verschiedene Gladiatorentypen. Sie enthalten auch einen Hinweis, dass es in den Arenen sogar Schiedsrichter gab. Junkelmann ist überzeugt, dass die Kämpfe strengen Regeln unterlagen. Für seine Theorie fehlten ihm jedoch die forensischen Beweise. Also wir haben die große Chance gehabt und haben auch die Gelegenheit, dass wir die Theorien, die Junkelmann in seinen Büchern aufgestellt hat, dass wir die am Knochen belegen können. Und zugleich auch hätten wir ohne Junkelmanns experimental-archäologische Untersuchungen, hätten wir nie die Chance gehabt, am Knochen genau diese Veränderungen zu suchen. Sollte Junkelmann sich irren, dann wären die Kämpfe tatsächlich nur blutige Gemetzel gewesen. Die Knochen hätten demzufolge viele verschiedene Verletzungen. So far we didn't see any signs of mutilation, because there was most of the time just a single trauma. Hat das mit dem Schiedsrichter zu tun? Wurde der Kampf manchmal abgebrochen? Die Knochen weisen darauf hin, dass Junkelmann recht hat und die Kämpfe strikten Regeln folgten. Junkelmann geht außerdem davon aus, dass die Kämpfe stark vom römischen Gerechtigkeitssinn geprägt waren. Für die Kämpfe wurden gleichwertige Gegner ausgewählt, etwa Traex und Murmillo. Der Murmillo besaß einen größeren Schild, um gegen den Traex bestehen zu können. Die Besonderheit des Traex ist seine gekrönte oder abgewinkelte Waffe. Diese Waffe geht auf die Traka zurück. Sie wurde traditionell von ihnen benutzt. Es machte Sinn, eine derartige Waffe gegen einen Mann mit einem großen Schild einzusetzen. Es ist schwierig, große Schilde zu überwinden, also den Feind dahinter zu erwischen. Mit einer gekrümmten Schneide kommt man leichter hinter den Schild. Aber selbst wenn der Traex seinen Gegner schwer verwundete, bedeutete das nicht unbedingt seinen Tod. Es gab für den Gladiator einen Weg, um Gnade zu bitten. Dazu musste er das Schwert oder den Schild senken und die Hand heben, oft mit zwei gestreckten Fingern. So machte er den Schiedsrichter darauf aufmerksam. Es war möglich, den Kampf abzubrechen. Gladiatoren waren Stars. Aber sie waren auch sogenannte Infamis. Sie übten einen gesellschaftlich geächteten Beruf aus, wie Prostituierte, Zuhälter, Domptöre, Sänger oder Schauspieler. Sie besaßen einen geringen sozialen Status, weil sie in der Öffentlichkeit auf unehrenhafte Weise auftraten. Ehrenvoll waren öffentliche Reden, politische Ansprachen, Plädoyers vor Gericht. Unehrenhafter gingen Auftritte im Theater oder im Amphitheater. Dort konnte man sich zum Gespött von Tausenden machen. Diese Männer waren Stars in einer Show, die am Vormittag begann und bis in die Nacht dauerte. Die Zuschauermenge musste bis zum Schluss auf den Auftritt der Gladiatoren warten. Die Spiele waren sehr kostspielig. Finanziert wurden sie durch örtliche Würdenträger. Besondere Höhepunkte waren bei den Römern Kämpfe mit wilden Tieren. Die Inschrift auf dem Sockel einer Statue listet auf, was zu sehen war, unter anderem Bestien aus Libyen, also Tiere aus Afrika. Löwen konnten damals noch viel weiter nördlich gefangen werden als heute. Man vermutet, dass der Hunger nach Unterhaltung bei den Römern auch gravierende ökologische Folgen hatte. Kämpfe mit wilden Tieren erlangten ihre Blütezeit im 4. Jahrhundert. Da die Jagd auf einheimisches Wild weit verbreitet war, waren exotische Tiere in der Arena eine besondere Attraktion. Außerdem hatten sie die grauenvolle Funktion, die Todesstrafe zu vollstrecken. Wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen zu werden, war eine ganz legale Strafe im Altertum, eine Art verschärfte Todesstrafe für niedere Stände. Die Angehörigen dieser Stände mussten brutaler hingerichtet werden als Angehörige des Bürgertums. Die Römer genossen es, wenn Gefangene wilden Tieren vorgeworfen wurden. Die Gefangenen waren Ausländer, Sklaven oder Kriegsgefangene. Für Römer hatte ihr Leben keinen Wert. Die Lust am Blutvergießen hatte auch Einfluss auf die Waffen der Gladiatoren. Das ist ein Skissor, ein Schlitzer. Er war in Ephesus sehr beliebt. Der Armschutz endet in einer Sichel, die als Schneide- oder Stichwaffe benutzt wurde. Markus Junkelmann nimmt an, dass die Waffen der spätrömischen Gladiatoren bewusst grausam sein sollten. Die Waffen der spätrömischen Gladiatoren waren derart gestaltet, dass sie schwere Verletzungen zufügten, ohne den Gegner zu töten. Vermutlich wurden sie entwickelt, damit der Zuschauer Blut fließen sah. Das war wohl der Grund für diese sehr gefährlich aussehenden Waffen. Sie setzten den Gegner aber nicht endgültig außer Gefecht. Im zweiten und dritten Jahrhundert kämpften Retiarius und Skissor gegeneinander. Auf Reliefs ist der Retiarius mit einer seltsamen Waffe mit vier Spitzen zu sehen. Bisher nahm er an, diese Waffe gehöre ins Reich der Mythen. Was glauben Sie, ist mit diesem Knochen passiert? Ein äußerst seltsames Muster mit diesen vier Einstichen. Ja, und hier. Wir haben an keinem anderen Knochen im Institut ein solches Muster entdeckt. Dann hörten wir von dieser bisher unbekannten, geheimnisvollen Waffe. Die Archäologen sind sich nicht sicher, ob es überhaupt eine Waffe war. Man kennt sie nur von Abbildungen auf drei oder vier Grabsteinen. Sie wird die kubische Forke genannt. Die vier Spitzen erklären die ungewöhnliche Wunde. Sie sehen tödlich aus, aber dadurch, dass sie die Wucht des Stoßes verteilen, reduzieren sie die Gefahr einer tödlichen Verletzung. Sie kann nicht so tief eindringen, wie zum Beispiel ein Schwert. Das heißt, die Leute bleiben bei dieser Waffe länger am Leben? Sie verursacht nur tiefe Fleischwunden. Damit die Zuschauer mehr Spaß hatten. Ein blutigeres Vergnügen. Aber es war nicht nur die Waffenart, die Gladiatoren länger leben ließ. Professor Groschmidt hat eine weitere interessante Entdeckung gemacht. Es gibt mehrere Hinweise auf chirurgische Eingriffe. Mit bloßem Auge ist an diesem Schädel nichts Auffälliges festzustellen. Aber die Computertomographie zeigt zwei Frakturen, die wieder verheilt sind. Ein Indiz für eine erfolgreiche Kopfoperation. Die Kratzspuren auf diesem Schädel weisen darauf hin, dass Knochensplitter chirurgisch entfernt wurden, um die Heilung zu beschleunigen. Der Schädel ist fast vollständig wieder zusammengewachsen. Der Eingriff war also erfolgreich. Rechts auf dem Schirm sieht man den verheilten Knochenbruch eines normalen Bürgers aus Ephesus. Links den eines Gladiators. Bei dem Gladiator ist der Bruch kaum mehr zu erkennen. So gut ist er verheilt. Kanz und Groschmidt glauben, dass der Gladiator von einem Arzt versorgt wurde. Aber die Tatsache, dass sie medizinisch gut betreut waren, bedeutet nicht zwangsläufig, dass Gladiatoren ein langes und glückliches Leben führten. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Mehrzahl der Gladiatoren schon im jungen Alter starb. Früher oder später mussten sie alle sterben. Ihre Grabsteine zeigen, dass Gladiatoren auf ihren Beruf stolz waren. So wie sie abgebildet sind, mit Siegerkränzen und Siegerpalmen und der kompletten Ausrüstung, das macht deutlich, wie stolz sie waren, Gladiatoren zu sein. Neue Hinweise lassen eine überraschende Todesursache vermuten. An mehreren Schädeln fand das österreichische Team seltsame Verletzungen. Ihre eckige Form passt zu keiner Waffe, aber auffallend gut zu einem Hammer. Wie viele Schädel mit solchen Verletzungen haben Sie entdeckt? In unserer Sammlung fünf. Ein Gladiator konnte also auf mehrere Arten getötet werden, meinten Sie? Sie sagten ja schon, mit welchen Waffen man die Gladiatoren getötet hatte, aber das hier weist darauf hin, dass die Männer mehr tot als lebendig aus der Arena geschleppt wurden, nur um dann mit einem Hammer erschlagen zu werden? Ja, vielleicht versuchte man, ihr Leben zu retten. Wenn man aber feststellte, dass der Gladiator so schwer verletzt war, dass er nicht überleben konnte, dann war ein Schlag mit dem Hammer die Erlösung für den Gladiator. Schnell und schmutzig. Schnell und sauber. Die Literatur scheint diese Annahme zu bestätigen. Dann sahen wir Jupiters Bruder, wie er den Hammer in der Hand die Gladiatoren hinauszog. Möglicherweise besteht eine Verbindung zwischen Pluton, dem Gott der Unterwelt, und einer Figur, die die besiegten Gladiatoren aus der Arena schleppte, mit einem Hammer in der Hand. Das könnte die Erklärung sein für diese merkwürdigen Schädelverletzungen, die einige Gladiatoren von Ephesus aufweisen. Sie passen sonst zu keiner der bekannten Gladiatorenwaffen. Die Verletzungen lassen sich eher auf Hammerschläge zurückführen. Es war wie eine stille Vereinbarung, wie der Gnadenschuss für ein Pferd, das nicht mehr auf die Beine kommt. Wie fast alle Knochen stammen die mit Hämmern eingeschlagenen Schädel von Männern unter 30 Jahren. Sie sind alle jung gestorben, bis auf einen. Durch diesen unglaublichen Fund konnte den Gebeinen eines Gladiators erstmals ein Name zugeordnet werden. Karl Großschmidt untersucht die Zähne dieses Schädels. Die Monitore zeigen sie in zweihundertfacher Vergrößerung. Zwei Linien symbolisieren ein Lebensjahr. Das heißt, dieser Gladiator war bei seinem Tod 50 Jahre alt. Er wurde in der Mitte des Friedhofs beerdigt, muss also sehr verehrt worden sein. In der Nähe fand sich ein wichtiger Hinweis auf seine Identität. Ein Grabstein, den zwei junge Gladiatoren ihrem Trainer gestiftet hatten. Sein Name war Euxenius. Und woher weiß man, dass er tatsächlich ein Gladiator war? Wir glauben, dass aufgrund seiner Wunden, seiner verheilten Wunden... Hier, schauen Sie. Das sind die alten verheilten Wunden. Gold, Heel, Traumata. Hier unten, ja. Diese hier. Und diese. Genau. Hier, ja. Das Alter des Schädels, die Verletzungen und die Existenz des Grabsteins. Großschmidt und Kanz hoffen, erstmals einen Gladiator mit Hilfe dieser Elemente identifizieren zu können. Die Knochen sind dem einzigen Star der Arena von Ephesos zuzuordnen. Wegen des überdurchschnittlich hohen Alters konnte man seine Überreste von denen seiner Kameraden gut unterscheiden. Fast 2000 Jahre nach seinem Tod kann uns die Wissenschaft sagen, wie dieser Mann lebte, wie er kämpfte und wie er starb. Gladiatoren waren durchtrainierte Sportler. Ihr ganzes Leben wurde grosser Wert auf ihre Ernährung und ihr Training gelegt. Dieses Leben mag kurz gewesen sein, aber es war intensiv. Sie trainierten hart, Tag für Tag, über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg. Es mag ein Jahr oder noch länger gedauert haben, bevor Oxenius seinen ersten Kampf in der Arena bestreiten durfte. Aber nicht nur das Training veränderte seinen Körper. Du musst Regeln befolgen. Halte Diät und meide Süßigkeiten. Trinke kein kaltes Wasser. Meide Wein. Gehorche deinem Trainer und deinem Arzt. Moderne Forensik bietet Dr. Kanz bisher unbekannte Möglichkeiten, um herauszufinden, wie sich Oxenius ernährte. Dr. Kanz versucht, den Anteil des Elementes Strontium in den Knochen zu messen. Durch den Strontiumgehalt lässt sich bestimmen, wie viel pflanzliche Nahrung auf dem Speiseplan stand. Dr. Kanz geht davon aus, dass Gladiatoren überwiegend proteinreiches Fleisch zu sich nahmen, um Muskelmasse aufzubauen. Die Untersuchung ist langwierig und aufwendig. Kanz muss die Knochen zermahlen, das organische Material durch Erhitzen eliminieren und einen Emissionsspektrometer einsetzen. Die verschiedenen Elemente werden als Lichtwellen dargestellt. Dadurch kann ihr Anteil genau bestimmt werden. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Die Knochen der Gladiatoren weisen einen Strontiumwert auf, der doppelt so hoch ist wie bei den Einwohnern von Ephesos. Die Gladiatoren müssen sich somit nahezu ausschließlich vegetarisch ernährt haben. Das klingt vielleicht überraschend, aber weitere Untersuchungen von Dr. Kanz haben erwiesen, dass ihre Ernährung ausgezeichnet auf ihren Lebensstil abgestimmt war. Das ist natürlich heute auch nicht unspannend, weil zum Beispiel Strontium im Moment wieder sehr modern ist. Sie versuchen damit praktisch Knochenwachstum zu erhöhen. In der Osteoporose-Forschung ist sehr stark daran geforscht, ob Strontium anstelle von Kalzium oder dass man hohe Strontiumdosen gibt, den Knochen anregt, stärker zu werden. Auch Wundheilung, wenn Frakturen am Knochen verheilen, und es wird Strontium gegeben, geht es schneller und es ist stabiler und dichter. Nach einem Jahr intensiver Vorbereitung könnte Oxenius seinen ersten Kampf ausgetragen haben. Vielleicht in einem bescheideneren Rahmen als diesem. Gladiatoren kämpften selten mehr als dreimal im Jahr in der Arena. Ein Retiarius konnte zu Beginn seiner Karriere nur hoffen, dass er nicht verheizt wurde und gleich gegen einen erfahrenen Gladiator antreten musste. Der hätte ihn fertig gemacht, um dem Publikum gute Unterhaltung zu bieten. Oxenius' Gegner war wahrscheinlich ein schwergewichtiger Gladiator, vielleicht ein Murmilo. War er erfahren und bei den Zuschauern beliebt, hatte Oxenius schlechte Karten. Die Sympathie galt aber meist dem Außenseiter, der sich wacker schlug. Die Stimmung konnte schnell kippen. Das hing vom Auftritt der Gladiatoren ab. Das Blatt konnte sich also jederzeit wenden. Wenn ein Gladiator das Publikum in seinem ersten Kampf mit einem Sieg überraschte, dann brachte ihm das enormes Ansehen und Popularität ein. Das war ein großartiger Karriere-Start. In Ephesos muss man nicht lange suchen, um Hinweise darauf zu finden, dass Männer wie Oxenius als Stars gefeiert wurden. Diese Graffitis sind 1800 Jahre alt. Auf den Wänden sind Gladiaturenkämpfe dargestellt. Das zeigt, wie wichtig sie den Bewohnern dieser luxuriösen Häuser waren. Ob die Abbildungen einen besonderen Kampf zeigen oder einen bestimmten Gladiator, wissen wir nicht. Aber wie Sportstars heutzutage vermarkteten auch Gladiatoren Fanartikel. Auf diesen in Ephesos gefundenen Öllampen ist ein Gladiatorenkampf dargestellt. Zwei Drittel aller im römischen Imperium gefundenen Lampen zeigen solche Abbildungen. Ein Beweis dafür, dass die Verehrung der Gladiatoren ein Massenphänomen war. Noch vor 50 Jahren bezweifelte man, ob den alten Griechen Gladiatorenkämpfe wirklich gefallen hatten. Schließlich waren sie kultivierte Menschen und nur die Armen und Unkultivierten hatten Freude an Gladiatorenkämpfen, so die allgemeine Meinung. Das stimmt aber nicht. Im gleichen luxuriösen Haus mit den Gladiatorenfresken befindet sich auch dieser Raum der Musen, gewidmet den schönen Künsten, der Poesie, dem Theater und der Rhetorik. Der Hausherr wollte zeigen, dass er gebildet war und die Kultur liebte. Es fällt uns schwer zu glauben, dass jemand, der literarische Texte liest, Poesie genießt, und sein Haus mit Kunst schmückt, auch Gladiatorenkämpfe besucht, sie vielleicht sogar finanziert. Ich glaube, dass das Befremdliche an den Gladiatorenkämpfen ist, dass zivilisierte und gebildete Menschen zuschauten, wie andere Menschen litten, ohne dass es sie persönlich berührte. Nach drei Jahren in der Gladiatorenschule hatte Oxenius, wie alle Gladiatoren, die Chance, die Freiheit zu gewinnen. Während er auf seinen Auftritt wartete, hörte er wahrscheinlich das Stöhnen der Kollegen, gegen die sich das Schicksal wendete. Aber bei diesem entscheidenden Kampf ging es nicht nur um seine Freiheit. Es ging wie immer auch um sein Leben. Je mehr Erfahrung ein Gladiator hatte, desto größer wurden die Herausforderungen. Die Wunden auf seinem Schädel legen Zeugnis ab von seinem Leben und seinen Kämpfen. War sein letzter Kampf kein Zweikampf? Fand er etwa auf dem Pons statt, auf der Brücke? Offenbar gab es einen besonderen Kampf, der sich auf einer Art hölzernem Podest abspielte. Auf dem Podest stand breitbeinig der Retiarius. Er wurde gleichzeitig von zwei bewaffneten Gladiatoren attackiert. Der Retiarius musste beide abwehren. Wenn er sich nur auf einen konzentrierte, konnte ihn der andere von hinten erwischen. Dr. Markus Junkelmann hat in einem Versuch nachgestellt, wie hoch die Überlebenschancen waren. Der Retiarius hatte gute Chancen, einen Gladiator mit Steinen abzuwehren und den anderen vielleicht mit dem Dreizack. Sein Vorteil war, dass er erhöht auf einer Plattform stand, aber er bekam es mit zwei Gegnern zu tun. Er konnte sogar von der Rampe herunterspringen, um einen Gladiator niederzuschlagen, musste aber rechtzeitig zurück sein, um sich den anderen vorzunehmen. Aber es war sehr gefährlich und ein Einzelkämpfer benötigte viel Erfahrung und viel Glück. Jeder Retiarius, der diesen Kampf auf dem Podest gewann, genoss große Anerkennung. Ein Retiarius, der einen bewaffneten Gladiator besiegen konnte, wurde zu einem Star, aber gleich zwei zu besiegen. Noch dazu so elegant wie in einem einstudierten Kampf im Film, scheinbar mühelos. Das war das Höchste. Es war wie wenn heute ein sehr beliebter Sportler seine letzte Partie gewinnt. Die Zuschauer tobten, überhäuften ihn mit Lob und bereiteten dem Gladiator einen denkwürdigen Abschied. Euxenius gewann seinen letzten Kampf. Dr. Kanz glaubt, dass er anschließend noch viele Jahre als Trainer arbeitete. Er erreichte das Lebensalter eines römischen Bürgers und starb sehr wahrscheinlich eines natürlichen Todes. Man kann also davon ausgehen, dass er zu den Glücklichen zählte. Er überlebte schließlich seine Zeit als Gladiator. Ja. Und starb nicht, sondern wurde Trainer. Ich könnte mir vorstellen, dass er das Gladiatorenleben mochte und in dieser Branche blieb. Wie ein Boxtrainer, der den Ring nicht verlassen will. Hat der Aufenthalt in Ephesus Professor Roberts von den Forschungsergebnissen überzeugen können? Ich finde, es sind fantastische Funde. Das betrifft nicht nur die Skelette, sondern auch die Spuren, die Fabian und Karl verfolgt haben. Ihre Arbeit ist bedeutend. Etwas Vergleichbares wurde bisher noch nie gefunden. Sie haben mit so manchem Mythos über Gladiatoren und ihre Art des Kämpfens aufgeräumt. Fast 2000 Jahre, nachdem Oxenius und seine Kameraden beigesetzt wurden, haben Wissenschaftler dafür gesorgt, dass wir unser Bild von der Welt der Gladiatoren revidieren müssen. Sie sind jetzt für uns menschlicher geworden. Ihre Grabsteine zum Beispiel belegen, dass Gladiatoren in einer eigenen Welt lebten und sie sowohl verachtet als auch bewundert wurden. Vertraue und Vertraue und Wasn是不是 Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.